und weiter geht's er war besser unsere flagge ist weg mal ich laufe um die flagge ja ich habe die flagge ich bin nach hause damit ob die flagge wäre macht nichts die flagge habe ich heim gebracht ja das war nicht so gut für mich aber Aschi hat das erledigt wieder nicht so gut für mich aber 3 zu 3 steht's mal Gleichstand bin schon wieder weg so leichte verlierung ein hat ausgenutzt von mir hier eine bunte map und ich weg 3 map auf so 2 und in Ruhe hier flotte map ja die bring ich heim die flagge ja hier und da hat mein Glück hier ist die flagge ganz weit Basis Basis auch der und in Zell kann auch Oma war chancenlos was ist das was ist das ich habe es hier hole ich mir sehr gut hab ich gut geschafft eine granate noch und zu mir ist einer Es ist eine Salvierung jetzt da, aber dahin ist die Karte, sorry. Ich habe eine eigene Mahne angeschossen. Ach, das war ungeschickt. Einer links, einer rechts. So rücken wir vorherig mit der Granate und der hat sich die Flagge. Ah, sie hat sie. Da bringt sie sicher heim. Ich habe keine Flagge, unsere Flagge. Wo ist sie? Ah, da ist sie hier. Oh, hier ist die Flagge. Oma hat sich durchgesetzt. Dafür hat mich Masi. Das sind unsere zwei Damen im Spiel. Und wir sind alle über 50, deutlich. Außer den, den ich gerade gekillt habe. Der ist jünger. Das ist der Sohn von einem Schiff. Das war jetzt hart. Schon mit der Flagge. Gut geplant, schlecht ausgeführt. Sinn zu Sinn. Vielleicht dann. Wolfgang Asche setzt sich durch. Ich dafür nicht. Noch immer 7 zu 7. Wartet wer. So, 8 zu 7 für uns mal. Wartet wer. Kann das wahr sein? Wenn das war, was das ist. Wartet wer. Ich brauche es zu lassen. Ich halte ihn. Ich habe ihn! Fliege. Es ist auch zu aus. Ja, ich komme heim, 9 zu 8 hätten wir gewonnen, unser Sieg, 9 zu 8, Opa hat die Flacke heimgebracht.